Ich grüße euch alle zusammen. Heute ein kurzes Video zum Thema Fremdenergie und wie man diese los wird. Fremdenergie ist Energie, die man von anderen Menschen abbekommt, aber auch andere Systeme. Zum Beispiel kann man auch von irgendwelchen staatlichen Behörden Fremdenergie abbekommen, wenn man ein Schreiben oder eine Rechnung kriegt, zum Beispiel von der GEZ und derartiges. Das heißt, dass die Menschen oder auch Strukturen sich in die Energie, quasi in die individuelle energetische Zone des Menschen eindringen und ihn zu irgendwelchen Tätigkeiten, Gedanken und Emotionen provozieren. Natürlich sind dann diese Energien im eigenen Energiefeld und man muss gucken, wie man die dann los wird. Und ich wurde gefragt, was ich da empfehlen würde und wie ich dann dementsprechend vorgehe. Das Beste gegen Fremdenergie ist Askese. Das heißt, wenn wir uns auf die Yogamatte stellen und dann eine halbe Stunde, eine Stunde Asanas praktizieren, die schwierig sind, die aufwändig sind, indem man sich nicht so komfortabel fühlt, wie zum Beispiel im Sessel oder auf der Couch zu Hause. Wenn wir zum Beispiel hoch in die Berge gehen und bergsteigen, das ist dementsprechend auch eine gewisse Askese. Das reinigt uns von diesen Fremdenergien. Was natürlich auch sehr gut ist und vor allem kann man die Energie der ehemaligen Beziehungen und Partner damit loswerden, das ist Fasten. Für das Fasten werde ich in diesem Video keine genauen Empfehlungen abgeben. Da gibt es viele verschiedene Herangehensweisen, viele Varianten und muss das unter Aufsicht eines Spezialisten durchführen. Aber wenn ihr Fasten, das heißt über mehrere Tage nichts isst, könnt ihr die Fremdenergien auch sehr gut loswerden und euch wieder zu eurer eigenen Energie zurückfinden. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum früher Menschen, die, ich sag mal so, Magie praktiziert haben oder andere Sachen praktiziert haben, sich zurückgezogen haben irgendwo in den Wald und haben als Einsiedler gelebt, weil sie sich so vor den Energien anderer Menschen schützen wollten und gewisse Höhen erreichen wollten in ihren Praktiken. Das ist in der Stadt nicht möglich, in einer Siedlung nicht möglich, weil das psychoenergetische Feld der Gesamtheit quasi den einen, der ja sozusagen nach oben ausbrechen möchte, unterdrückt. Das ist auch der Grund, warum man in Tibet Klöster ganz weit oben baut, irgendwo in den Bergen, warum die Yogis aller Zeiten sich zurückgezogen haben in die Berge, in die Wälder und dort alleine für sich meditiert haben. Das ist der Grund, weil man sich nicht ständig mit den Fremdenergien beschäftigen möchte, sondern an seiner eigenen Energie Arbeit will. Für mich die Empfehlung für euch, weil ihr alle Menschen seid, die quasi ein soziales Umfeld haben, die in der Gesellschaft integriert sind. Khadha-Yoga, komplizierte Asanas, regelmäßig wandern gehen, hin und wieder mal Fasten. So könnt ihr die Fremdenergien loswerden. Wenn man dann fragt, ob das nicht mit Meditation oder Gebieten funktioniert, funktioniert auch, aber da braucht ihr sehr viel Erfahrung, dann müsst ihr sehr kompetent sein in den geistigen Praktiken, weil die Fremdenergien eher grobe Natur sind und Meditationen, Mantren, Gebiete, das ist sehr, sehr feine Energie. Und mit dieser feinen Energie könnt ihr kaum oder sehr schwer diese groben Energieansätze lösen, von denen ihr in der Großstadt betroffen seid. Also hier hilft leider nichts anderes als Askese, Askese und nochmal Askese. Okay, das war's für das heutige Video. Ich bin Eugen Minz, Yoga-Lehrer und Ausbilder seit 10 Jahren. Ich freue mich, wenn ihr mir Fragen zukommen lässt. Ihr könnt auch meinen Kanal gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Über einen Daumen nach oben freue ich mich auch. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.